Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Among Us. Heute spielen wir den Feuerwehrmann bzw. Imposter, können Molotow-Cocktails rumschmeißen und es gibt einen Crewmate Feuerwehrmann, der das Feuer löschen muss. Sehr, sehr coole Runde. Lass ein Like da und viel Spaß. Oh, hey! Okay, goodie. Ich muss ein bisschen was erklären, glaube ich. Okay, Logo scheint Feuerwehrmann zu sein. Wir müssen erstmal hier einen klassischen Sabotageheimer machen. Wir sind Feuerwehrmann. Also, es gibt einen Feuerwehrmann, das ist vermutlich Logo, weil er zu den Hydranten gelaufen ist. Der kann dort sein Wasser auffüllen und Feuer löschen. Welches Feuer, fragt ihr euch jetzt? Natürlich, ich kann Feuer legen mit Molotow-Cocktails, Alter. So, das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal das Interessante. Mikrofon activated. Was ist denn jetzt los? Ich kann Elinas... Ey, Phil ist Feuerwehrmann! Warte mal, ist der Reaktor... Haben wir den jetzt noch fertig gekriegt? Nö, das war irgendwie... Also, ich hab gedrückt oben, ja. Ja, aber der ist jetzt nicht fertig und jetzt haben wir das Voting ausgelöst, das heißt, wir gehen jetzt vielleicht einfach drauf. Nö, das wird dann resettet. Ich glaub, wir haben den... Hä, aber da waren welche? Logo war da und Elina, du? Ja, ich war... Dann können wir uns ja zählen für den Köln. Das Ding ist, ich hab halt geguckt so, ob da jetzt vielleicht ein Imposter mit seinem Kollegen kommt und dann halt einfach Molotow schmeißt. Double Molotow. Ja, dachte ich mir... Das wär krank. Ich muss ehrlich sagen, dass ich tiefgründig traurig bin, dass ich nicht der Feuerwehrmann bin, weil ich... Ich dachte, du bist es, weil du bist zu diesen Hydranten so hingelaufen. Ich bin nicht der Imposter. Ich glaub schon. Nein. Wo, wo wurde die Leiche denn gefunden? Dann hätte ich schon 10... Aber Phil ist Feuerwehrmann, die lügen nie. Ja. Bambo, wo wurde die gefunden? Willst du mich jetzt geforstmäßig rauszuholen? Ich hab gar nichts gemacht. Hast du mich jetzt gewartet, Logo? Wo wurde die Leiche denn jetzt gefunden? Hast du mich gewartet? Ja, hab ich. Okay, ich worte dich. Kein Problem. Aber mindestens bin ich nicht hingegangen und hab beeinflusst. Egal, aber ist egal, wo die Leiche gestorben ist. Machen den Skipper. Also ihr, ich hab Logo gewartet. Hä, warum ist es euch so scheißegal, wo die Leiche gestorben ist? Mir ist es nicht egal, Logo hat mich provoziert. Wo war denn die Leiche, Gambo? Die ist vor... Also was ist denn komplett rechts der... Ich nenne das immer Cockpit, aber das heißt nicht so. Navigation. Genau, da, davor. Boah, da bin ich ja komplett safe für den Kill. Oh Gott, wie traurig, dass Jonas... 4O2 in dem Gang, dazwischen Gang da. Das können ja nicht so viele sein eigentlich. An den Imposter, bitte macht mal ein bisschen Feuer fürs Löschen. Mr. Beeinflussung hat wieder zugeschlagen. Du hast damit angefangen. Nein, du hast damit angefangen. Genau gesagt, hat Phil damit angefangen eigentlich. Nein, du hast damit angefangen. Hab ich überhaupt nicht. Bist du besoffen in der... Okay, ich hab halt so ne kranke Idee, passt auf. Ich hab so ne wilde Idee. Kann ich's sabotieren? Oh ja, 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 passt auf, passt auf, passt auf. Ich mach folgendes, Alter, das wird ganz, ganz wild. Äh... Boah, wird das wild. Vielleicht geht's dir jetzt auch... Vielleicht ist es auch ein Fail, aber ich würde das mal probieren. Wartet. Da kann man drunter durchrennen, glaube ich, oder? Das war ein ganz großer Reinfall. Müssen Zeit aufmachen? Oh oh. Ich hab das so ready hier, Alter. Der hat das gelöscht, die Sau. Oh mein Gott. Oh. Deswegen hat Sven mich so krass ignoriert, ey. Mr. Bein. Ich hab da so die Molotovs rumgeschmissen. Dann seh ich Phil mit seinem Schlauch. Äh, und löscht da das Feuer. Ich hab vergessen, Kuh zu drücken, aber ich hab's dann nochmal gelöscht. Ich dachte mir auch so, okay, ich geh jetzt einfach auf Feuer vorbei. Sven, hast du Jonas gekillt? Nee, ich. Nee, das war Lisa, da war ich ja safe. Ey, Logo ist Feuerwehrmann, der hat sich das grad so gewünscht. Logo ist nicht da. Dann ist der ja safe. Aber was passiert, wenn man den Feuerwehrmann killt? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich vermute, dann gibt's einen neuen Feuerwehrmann. Das heißt, vielleicht haben wir Glück und Logo wird gerippt und dann sind wir Feuerwehrmann. Das wär tatsächlich cool. So, okay, Speeddurchlauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das geht bestimmt viel schneller. So, dann gehen wir Lower Engine. Man kann das halt krass abusen. Ich hatte auch zwischenzeitlich drüber nachgedacht, dass man einfach hier das Feuer hinschmeißt. Dann muss halt der Feuer, weil ich weiß auch nicht, wie viel, wir waren ja noch nicht Feuerwehrmann, müssen wir mal gucken, wie viel der Feuerwehrmann löschen kann mit einer Ladung. Also, sprich, er muss sich ja aufladen am Hydrant. Ich glaub, hier kommt jetzt auch gleich ein Hydrant, wenn ich's richtig weiß. Ja, hier, wie viel Feuer kann er löschen mit einer Ladung, bis er wieder nachladen muss, quasi. Bill? Was? Das kann ich dich auch fragen. Willst du mir erklären, warum du da in Edmund so random mitten drin bist? Ich hab dich angeschaut, weil du hast eine Mission, du bist so zu einer Mission danach gegangen, die hast du so schnell. Das war Karts, boi. Ja, ja, nee, danach. Gambo, du schaffst sie nicht first. Bei dem Upload stehen wir uns gar nicht weismachen. Das brauchst du uns gar nicht weismachen. Okay, Ben und Phil sind's. Jeder schickt jetzt, es gibt nur noch ein, Elina, du Schwätzer. Das war zu schnell. Ich hab eine Vermutung für Gambo, aber ich sag nicht mehr. Leute, wir schicken jetzt alle ein Bild von unserem Bildschirm an uns gegenseitig im WhatsApp. Okay, okay. Nur weil du beim Upload zu schnell da... Richtig mal an der Word. Ich hab Upload nicht mal gemacht. Ja, deswegen. Du standst da aber nebendran, obwohl du, ich denke, nicht in Reichweite warst. Wollen wir jetzt Ben oder wer ist jetzt Ben? Wir wollten nicht mich, warum denn? Nobe, du bist Feuerwehrmann. Das ist ein ehrbarer Beruf. Ja, und ich find dich kass. Hast du's Wasser auch ready schon? Ja, ich spritz dich ab, wenn du willst. Oh, Nobe, dann wäre ich freiwillig. Oh, yes. So lass. Soll ich ausrücken? Ich hab einen Skipper gemacht. Eine Skippy. Jonas, kannst du dich bitte zurückhalten? Warum, warum hat der diesen hässlichen Sound ready? Warum, wo, wo, ach komm, ist alles auch egal. So, wir wollen weiter die Tasks machen. Auf jeden Fall ist keiner dead. Das ist auch nur ein Imposter. Das hat sehr lang gedauert, was er da fabriziert hat. Das sah mir Sass aus. Okay, wir merken uns, Gambo, lange Tasks. Boah, das könnte ich so in Flammen hier schmeißen. So, und da ist jetzt hier Flamme? Nee. Okay, die machen hier Faxen irgendwie. Hammer. Ist hier Feuer? Nee, okay. Ah! Wer hat denn das geschmissen jetzt hier? Das war Laura. Wer hat denn das geschmissen? Laura? Ja, Laura war das. Mann, ich dachte, ich krieg euch alle drei, ey. Was hast du gesagt? Ben? Wer hat das geschmissen? Laura, du hättest es auf Jonas schieben müssen. Ich hätt dir vielleicht sogar geglaubt. Warte mal, wenn es Laura ist, verstehe ich. Ich hab nicht gesehen, wer es geschmissen hat. Ey, sorry. Ich hatte dieses Fire und dann dachte ich, scheiße, Elina sieht bestimmt, dass sich das in der Hand hat. Nee, das sieht man, glaube ich, nicht. Ich bin wieder kein Feuer. Die Logo ist schon wieder Feuer. Wie kann man ... Ey, yo! Was sieht das denn aus, ey? Okay, Logo, jetzt muss er nachladen. Ja, okay, man hat da nicht so ... Okay, man kann schon mehrere Feuer mitlöschen, so wie das jetzt aussah. Was machen die jetzt da oben? Ist mal nicht krank safe, wenn man einfach die ganze Zeit neben dem Feuer ... Ja, okay, außer man schmeißt direkt den Molotov auf den Feuerwehrmann, dann ist natürlich eine Mauer-Nummer. Okay, hier, die Task hab ich gefüllt ja auch noch nie. Who's that? Okay. Ich hab Lisa in Electrical gefunden. Ich hab Ben in Electrical reingehen sehen. Ich war nicht mal ansatzweise in Electrical. Das ist schon ziemlich auffällig. Laura? Laura? Also, Electrical ist doch von Mittel nach unten, oder? Nein, das ist Admin. Oh, sorry. Alter, wie du mich hier aus dem Nichts ... Aber hauptsache, Logo votet auch direkt. Perfekt. Alter, man sollte dem Feuerwehrmann trauen. Ja. Finde ich auch. Feuerwehrmänner sind Vertrauenspersonen. Was hat denn der Feuerwehrmann gesagt? Ich hab im Kreis gespritzt und hab dann gehört, dass Ben es sein soll. Und dann hab ich natürlich gevotet. Nee, nicht jetzt rausgevotet, werdet, bann ich euch alle. Dann ruf ich den Among Us Chef an. Ich hab den bei WhatsApp. Ah, den Among Us? Ja, besser ist auch. Och, Mann, ich hab viel gevotet. Laura, das wär fast auf deine Kappe gegangen. Ich hab geskippt, sorry. Das ist nur eine Vote. Das Vote ... Also, mir ist Folgendes aufgefallen. Man, je länger wir spielen, ne, desto höher ist auch das Level an Random Votes, tatsächlich. Ich hab übrigens diese Tars-Marchale dreimal bei der Nummer Emergency gekauft wird, obwohl hier niemand tot ist. Wenn ich im Poster wäre, wäre hier schon die Hälfte gerippt, Mann. Okay. Da war grad jemand. Cams. Okay, warte, das wird tatsächlich ein bisschen knapp jetzt hier grad. Eins wurde. Null. Null. Oh nein, das Feuer ist ... Och, zum Glück. Geht da jetzt hier Feuer? Oh nein, oh nein, oh nein, Massen-Massen-Team. Oh je, da war grad ... Ah, nee, das war Wasser. Das ist jetzt hier. Logo. Der hat Wasser nachgeladen. Warte, wir gehen mal in die Camps. Vielleicht sehen wir ja zufällig was. Da rennt Logo rum. Mhm. 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 Man sieht absolut ... Oh, Gambus. Also, Elina war in der Mitte. Ich hab sie grad gefunden. Ja, dann kann es nur Laura sagen. Das gibt mir wirklich so krasse Impostar-Vibes. Wir waren zusammen in der Met-Bate. Das stimmt. Oh ja, das stimmt tatsächlich. Ja, da hab ich schon wieder vergessen. Warum? Ja, wir waren in Met-Bate zusammen. Also, ich finde das gemein, dass hier schon wieder dieses ... Hier gibt es Impostar-Vibes. Das ist wirklich diese Manipulation. Die liegen da grad komplett am Ort. Wo, wer, wer hat denn wo wen gesehen? Wo war die Leiche überhaupt? Äh, Mitte. In der Mitte. Wie heißt denn das? Cafeteria. Cafeteria. Wer kann sich wo decken? Ich. Ich war ganz unten. Ich war grad am Ende grad noch mit Logo und Electrical. Ja, das stimmt. Mich kann keiner decken. Aber Jonas hat direkt das Feuer gemeldet, also ist er ein guter Bürger. Kann man Feuer melden? Nein, oder? Nee. Aber Rauchmelder installieren. Jo, ey, ganz neue Techniken hier. Hab vorhin gefragt, ob alle Feuermelder in Takt sind und, ähm, was soll ich sagen? Gambo, wieso hast du eigentlich meine Frisur kopiert? Das hält mir jetzt grad erst auf. Das ist meine Frisur. Das ist Gambo's Frisur. Sind das Impostar-Taktiken hier von dir, oder wie hast du? Ach, jetzt schon wieder Doktor beeinflusst und du hast mein Vote so hart verdient. Ja, ich vote jetzt dich auch. Nee, kann ich nicht. Ich bin der Feuerwehrmann. Ja, aber auch ein Feuerwehrmann verhält sich manchmal falsch im Dienst. Wieso kann man den Feuerwehrmann überhaupt voten? Das ist halt echt so. Ja, ich mach einen Skipper und ich hoffe, ja, die sagst du, wenn Logo mich votet und Laura mich auch, weil sie Impostar ist, dann sieht's schon mal aus für mich. Nee, Ben ist es. Laura, chill, ich vote dich nicht, mach einen Skip. Ist es Phil? Ja, das bin ich halt schon. Ist es Phil? Phil hat echt direkt den Vote, Phil hat direkt den Vote gerade rausgebracht. Ja, genau, weil ich der Erste bin. Das war schon auffällig. Auch mit seiner Bastenmütze, da drunter ist nämlich das Messer versteckt. Achso. Ja, ich muss ja jetzt wegen Vote, dann bin ich raus. Hatte die Mollis gebunkert. Oh, was ist safe, Alter. Wuuuuh. Also, ich, der nichts macht ganz... Ich bin's aber ehrlich nicht. Ich hab nicht eine Task gemacht. Ach du Scheiße. Mir fehlt gefühlt alles, was fehlt, ist von mir. Okay, müssen wir uns ein bisschen... Aber das liegt auch nicht nur an meinem Speed. Es lag auch daran, dass ich dreimal bei einer Task unterbrochen wurde. Das muss ich halt echt auch dazu sagen, ne? Warte, O2 hab ich doch hier gerade noch was, oder? So. Warte mal, wer hatte mir gerade... Also, ich denke, Laura. Hm. Ich denke, ehrlich gesagt, Laura ist es. Aber Phil könnte echt auch sein. Weil Phil, dass er so schnell den Boot da rausgekloppt hat. Aber... Weiß ich nicht. Aber irgendwann muss man natürlich... Ich denke, Laura oder Phil. Laura oder Phil. Denke aber eher Laura. So, wir gehen hier runter. Machen hier. Zack. Hier könnte ich mich halt so proven. Aber das ist immer so ein kleiner Abuse. Weil ihr müsst wissen, warum das ein Abuse ist. Du... Du... Slidest so ein bisschen auf die Plattform, wenn du die Task beginnst. Und das zu faken, wenn hier jemand steht, ist krank. Ist nicht unmöglich, aber sehr schwer. Das ist schon sehr advanced. Äh... Among Us, sag ich mal, ne? Äh, deswegen... Mikrofon activated. Laura liegt in electrical. Ich hätte wirklich schwören können, dass es Laura ist. Tja, so kann man sich irren. Wo warst du denn, Ben? Ich bin zwischen, äh... Was ist das? ...Cams und, äh... Reaktor. Genau da an dem Kran. Ben ist fast schon am Anfang rausgeflogen. Und er lebt immer noch. Und immer noch sterben, Leute. Da war ich drin. Da hab ich dich gesehen. Ja, aber dann kannst du mich ja beschützen, Phil. Dann musstest du mich ja gesehen haben. Ja, ich... Dann muss es Phil gewesen sein. Dann muss es Phil... Nein, 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 nein. Er ist gewandet dann. Wo war die Leiche? Oh, Phil. Oh, Phil. Hat er da etwa ein Band rausgekriegt? Wie kann ich in Camps gewandet sein? Jetzt mal ernsthaft? Ja, voll electrical. Ja, nee, da bin ich doch nicht in... Ja, es gibt... Hä? Zum 5. Mal in electrical. Ja, an welchem? Ach so. Ja, dann bist du es halt so saferoni, ey. Also... Wirklich, ich kann es nicht sein. Na, Phil, von wo bist denn du in Camps gegangen? Von oben? Nein, davon bin ich ja... Na, Kea, nee. Doch. Also, es ist nicht unmöglich, aber von da... Ich muss ja von unten laufen sehen. Nach unten, von Cafeteria laufen sehen. Und irgendwann, eine halbe Minute später, ist die Leiche da aufgetaucht oder wird reportet. So circa. Das ist das Einzige, was ich bei dir auf der Kamera gesehen habe. Und Logo da rumsprühen. Sprizen. Wenn er sagen... Also, dann war er wirklich in Camps. Ich hab das nämlich auch eine ganze Weile gemacht. Dann warst du auch in Camps? Nee, ich bin zwischen den beiden Räumen im Gang. Ich muss aber ehrlich auch dazu sagen, gebe ich offen zu. Ich glaube, alle Tasks, die noch fehlen, sind meine. Aber das hat auch einen Grund, weil ich wurde jetzt wirklich jedes einzelne Mal unterbrochen. Also, von diesen Vote-Meetings hier immer. Dann halte ich ran, dann macht's die Mail zum... Macht einfach eine Menschenkette um mich drumherum und dann abfahrt. Aber um's so mal zu formulieren, Phil gibt mir heftige Imposter-Vibes. Und du kannst als Geist das machen. Wer hat... Also, Phil hat mich gewartet, klar. Aber wer noch? Genau. Logo, das höre ich so ein schlechter Feuerwehrmann. Hilfe. Dann muss raus. Phil ist es so heftig. Der hat gefühlt noch nie so viel geredet in einer Runde. Menschenkette um mich drumherum, bitte. Danke. Wie soll ich das jetzt? Oh, die haben doch selbst noch Tasks. Was lahmern die denn? Ja, fehlreht mir hinterher, weil er es halt so ist, ey. Oh, nervig. Okay, soll ich drauf pfeifen? Nee, dann sterben wir. Mann, ich hab noch so viele Tasks, ey. Ja, jetzt macht der... Hat der da einen Molotov? Nee, das sah die ganze Zeit so aus, oder? Ja, als wäre der... Der wird ja halt safe den Molotov. Wir schmeißen ein bisschen weg vom Fenster. Ja, ich wusste es. Ich hab... Oh, nein, ich hab so angetäuscht. Ich wusste es. Ich hab angetäuscht. Wie Cristiano Ronaldo bin ich hingelaufen und hab angetäuscht. Weil ich wusste, dass er unten hinschmeißen wird. Nein, die sind so... Logo, du hast dich im Ernst Gambo gevotet. Die sind so lost in ihrer Burnout. Nein, das ist Gambo. Ich hab recht nicht gesehen, das ist wirklich Phil. Das ist Gambo. Das war so auffällig. Das war so auffällig. Logo, vertrauen wir. Jetzt riechen. Ich weiß. Was ist das denn, Logo? Joa, was ist denn das für eine super Attacke von ihm? Ich hab so angetäuscht, weil ich wusste, dass wenn ich da unten hingehe, dass er den Double-Kill versuchen wird. Deswegen hab ich nur so einen Schlenker gemacht, ey. Hoa. Beim Fußballtraining hab ich das gelernt. Das ist voll aufgegangen. Das hat 100% funktioniert. Cool, ey. Hätte ich niemals gedacht. Leider bin ich trotzdem am Ende gestorben und sie haben trotzdem nicht mal den richtigen rausgevotet, obwohl da vier Leute standen, die den Kill live gesehen haben, wie er mich abgeschlachtet hat, aber gut, egal. Jetzt mal real. Weißt du wirklich nicht, wer es ist? Natürlich weiß ich, dass Phil ist, aber Phil hat Ben getötet und das fand ich irgendwie funny. Ich hab Phil eigentlich so outplayed, ne? Aber leider hat es am Ende doch nicht getötet. Oh Mann, der Molo, der wirft, der ist so random. Ich wusste nämlich, dass wenn ich jetzt zu Jonas an den Reaktor gehe, dass er den Double-Kill machen wird. Deswegen bin ich so ein Schlenker gelaufen. Ich dachte, ey, wo fliegt der hin? Ich dachte, der geht überall hin, ne, in die ganze Fläche. Was ist kein Kill da? Ich wollte es auflösen, nachdem Lisa schon tot war, nach dem ersten Kill. Und zwar, Laura und Phil, die standen da beim Reaktor und der Reaktor ging halt nicht aus. Das heißt, das hatte jemand nicht gedrückt und ich bin bei Phil hingegangen, hab da gedrückt und wusste, Phil hat nicht gedrückt. Ich renne zum Emergency und wirklich ein Zentimeter vor dem Emergency hat er mich gekillt. Ich dachte, safe, Laura ist es. Mann, ich bin doch einfach nicht Feuerwehrmann, ey. Jetzt ist Elina Feuerwehrmann. Ich meine, es war gefühlt jeder mal Feuerwehrmann, außer ich. Okay. Elina, Schlauch aufgeladen, ey. Ready zum Feuerlöschen. Boom. Ich muss auch ehrlich sagen, hier in meiner Bude, also hier in meinem echten Zimmergarten sind gefühlt... Warte, ich kann's genau gucken. 25 Grad. 25 Grad. Ich bin hier so am schwitzen. Ich hab ein Bulli an. Ey, was war da für ein Feuer? Da hat doch grad einer seinen Molotow geschmissen. Nein, 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 ich hab geuploadet. Phil war's nicht, Phil war's nicht. Okay, dann... Wer ist gerade an dir vorbeigehlt und nach unten gelaufen? Es war Laura, weil sie hat mich direkt zu beschuldigt. Ich kann's nicht gewissen sein. Ich hab geuploadet, Ben. Ben, dann holt mich danach. Nee, passt auf vor. Die wissen gar nicht, was passiert ist. Wir waren alle Admin. Ich war am Card-Swipe. Dann ist ein Molotow geflogen, der Lisa halt gerippt hat. Aber Phil war's, glaube ich, nicht. Also muss es die andere Person gewesen sein. Irgendjemand ist aber an mir vorbei, nach unten weggerannt. Wer war das? Das ist Laura. Och. Nein, lass doch mal warten. Ist da jemand, äh, wer ist da... Wo waren die anderen? Äh, ich war klar... Ja, Logo ist völlig besoffen, okay. Der Nächste. Alles klar. Der wäre auch gar nicht in der Lage, so einen Molotow zu schmeißen, glaube ich. Ich bin Feuerwehrmann. Ach, Lina ist ja Feuerwehrmann. Oh, Lina ist Feuerwehrfrau. Jonas, wo bist du? Sag ich nicht. Perfekt, Gambo, wo bist du? Ich war gerade Richtung Electrical unterwegs. Von wo? Ich war davor auch in Admin. Ähm, und bin dann rausgelaufen. Wolltest du sagen, auf fresher Basis? Mhm. Jonas, wo bist du? In Communications, da ist Logo vorbeigelaufen. Ich hab Shields gefixt, bin in Communications rein und da ist Logo mir vorbeigelaufen. Stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt voll kurz vor Ende. Oh, da gibt mir Gambo heftige Impostar-Vibes. Oh Gott, die ist scheiße. Oh Mann. Da kriegst du wieder den Vote von mir, Alter. Ich bin's wirklich... Ich kann's doch gar nicht sein, hä? Doch, aber du kriegst ihn einfach für dieses... Es ist Laura oder Gambo. Laura oder Gambo. Also ich bin's wirklich nicht? Dann lass uns einfach Laura voten. Hä? Was für eine Konklusion. Also ich sage, danke. Ich war mega weit weg für. Wie soll ich nichts für Wesen sagen? Ja, ich weiß, aber ich hab Upload, wie gesagt, gemacht. Ich hab nichts im Hintergrund gesehen. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Wem wollt ich denn jetzt? Ja, nee. Wenn von denen... Dunkelblau ist immer so. Ja, ich kann's dir nicht mal... Aber Laura hat ja selbst gesagt, dass jemand an ihr vorbeigelaufen ist. Das heißt, entweder selbst gelohnt... Also ich find Türkis eigentlich immer so... Lügen darf man nicht sagen. Ich mein, so was ist Türkis überhaupt für eine Farbe? Ist blau, ist es grün? Was ist das? Das ist hässlich. Wow. Sorry, Gambo. War er's? Er war's aber, oder? War er's? Oh. Ups. Hä, war's doch Phil? Dann war's Laura. Dann muss es ja Laura gewesen sein. Oder war's... Nee, Jonas und Logo haben sich ja gegenseitig gedeckt. Also muss es ja Laura... Oder es war doch Phil, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Okay, das heißt immer kurz Task, bis der Emergency... Ups, nee, das hab ich ein bisschen falsch gekombiniert. Bis der Emergency Button ready ist und dann... Oh nein, jetzt beginnt dieses Spielchen wieder. Nee, da muss es ja doch Laura gewesen sein. Das ist natürlich... Ich mach die Task noch schnell, so die Zeit muss sein. So, so, so... So, ja, ja, Jonas, ich komm doch. Chill mal. So. Okay, ich hab mit Jonas den Reaktor behoben. Nein, 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 da ist Laura! Die Dina, lösch! Lösch die Dina, lösch! Oh, oh. Hahaha. Ja, lösch die Dina, nice. Hey, hau ab, Laura. Geht's dir jetzt, die Dina? Eww! Nein, wo ist meine Maus? Laura hat die Dina gekillt vor meinen Augen. Alles klar, Ben. Glaube ich nicht. Ich hab's ja von Anfang an gesagt. Wiederschauen und... Reingehauen. Reingehauen. Kann man nicht den Molotow und killen gleichzeitig? Nein, 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 kann man nicht. Oh, scheiße, ich dachte, ich kann nicht weiter einfach drin. Einfach die Arme Lina gerippt, ey. Oh, es tut mir leid, Dina. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge Feuerwehrmann in Among Us gefahren. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wenn ja, abonniert den Kanal, um keine Among Us-Folge zu verpassen. Bis morgen, euer Benzon. Ciao.